Barbara Schöneberger privat. Das ist über Kinder und Ehemann. Ein Blick auf das Privatleben der bekannten Entertainerin. Ein Blick auf das Privatleben der bekannten Entertainerin Barbara Schöneberger ist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Auf der Bühne hat sie ein Image als Entertainerin, die das Publikum immer wieder mit ihrer unverwechselbaren Art und Weise zu begeistern weiß. Doch abseits des Rampenlichts ist Barbara Schöneberger auch Ehefrau und Mutter. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf ihren Mann, ihre Kinder und ihr Leben abseits der Öffentlichkeit. Barbara Schöneberger und ihr Ehemann. Quellen zufolge ist Barbara Schöneberger seit dem Jahr 2009 mit Maximilian von Schierstedt verheiratet. Schierstedt ist in der Medienbranche tätig und arbeitet als Geschäftsführer einer Produktionsfirma. Die beiden führen eine sehr private Ehe, die sie weitestgehend aus der öffentlichen Aufmerksamkeit heraushalten. Trotzdem gibt es gelegentlich Einblicke in das gemeinsame Leben von Barbara und Maximilian, die zeigen, dass die beiden eine innige und liebevolle Beziehung führen. Barbara Schönebergers Kinder aus der Ehe von Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstedt gingen zwei Kinder hervor, ein Junge und ein Mädchen. Der Sohn wurde im Jahr 2010 geboren, die Tochter folgte im Jahr 2013. Barbara Schöneberger hält ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In Interviews gibt sie jedoch immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben. Sie berichtet zum Beispiel, dass sie es liebt, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und gemeinsam mit ihnen zu lachen und zu spielen. Leben abseits der Öffentlichkeit. Barbara Schöneberger ist bekannt für ihre direkte Art und ihren Witz, doch wenn es um ihr Privatleben geht, hält sie sich eher bedeckt. Sie lässt die Öffentlichkeit nur selten an ihrem Leben teilhaben und gibt nur spärliche Informationen über ihre Familie preis. Sie betont immer wieder, wie wichtig es ihr ist, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit erleben und nicht ständig im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Diese Einstellung spiegelt sich auch in der Tatsache wieder, dass sie keinen aktiven Social-Media-Account hat und sich generell zurückhält, wenn es um das Teilen privater Momente geht. In Interviews betont sie aber auch, wie glücklich sie mit ihrem Privatleben ist. Sie liebt es, ihre Zeit zu Hause mit ihrem Mann und ihren Kindern zu verbringen. Sie genießt einfache Dinge wie einen gemeinsamen Filmabend oder das Kochen gemeinsam mit ihrer Familie. Fazit. Barbara Schöneberger mag in der Öffentlichkeit stehen und das Publikum mit ihrem Talent und ihrer Persönlichkeit begeistern, doch zu Hause ist sie vor allem eins, Ehefrau und Mutter. Sie liebt ihr Familienleben und tut alles dafür, ihre Familie zu schützen und ihre Kinder vor den Schattenseiten des Rampenlichts zu bewahren. Und trotz ihrer Berühmtheit scheint sie ein überraschend normales und beschauliches Leben zu führen. Ein Beweis dafür, dass man auch als Prominenter ein glückliches und erfülltes Privatleben haben kann. Quellen. BZ Berlin. Barbara Schöneberger. So lebt sie mit ihrem Mann und den Kindern. 2020. Gala. Barbara Schöneberger. Alles über ihr Privatleben mit Eben mit Ehemann und Kindern. 2018. Bild. Interview mit Barbara Schöneberger. 2019. Deutsche Presseagentur. Barbara Schöneberger. Ich will meinen Kindern eine normale Kindheit ermöglichen. 2021. 2020. Starn. Interview mit Barbara Schöneberger. 2017. Autor. Anita Farke. Datum Sonnt 12. Mai 24.